Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuzugang. Und zwar habe ich mir eine neue Kamera geholt und zwar ist das das gute Stück hier. Das hier ist eine Ready Flash von Ansco. So kurz mal drauf fokussieren. Das Ding ist eine amerikanische Point and Shoot Kamera, beziehungsweise ist das so ein bisschen das Äquivalent zu den deutschen Klick und Klacks von Aqua. Das Ding ist jetzt nicht wirklich groß was Besonderes. Wenn wir uns das ansehen, dann kann das Ding nicht sonderlich viel. Wenn wir uns den Sucher angucken, der ist ultra klein. Wenn wir hier durchgucken, soll ich gucken, dass ich hier ein bisschen den Karton sehe. Der ist furchtbar. Des Weiteren hat das gute Stück auch nur eine Verschlusszeit. Und zwar hat das so einen Klack-Shutter. Ich hoffe, ihr könnt jetzt hier die Verschlusslamellen sehen, wenn wir hier das rote Ding runterziehen. Klack, klack, das immer nur so ganz kurz auf. Und das Ding hat auch keine Prevention, also keine Vorbeugung für Doppelbelichtung. Der Filmtransport ist ebenfalls ultra einfach gehalten. Und zwar hat man hier einfach nur den Knob. Da dreht man dann dran. Das ist eine Rollfilmkamera. Da wird einfach der Rollfilm umgespult. Das heißt, das Ding muss noch nicht mal zurückspulen. Und um zu wissen, bei welchem Frame man ist, hat man hier unten das auf der Rückseite unten das rote kleine berühmte Fenster. Den Blitz dazu habe ich nicht. Das war damals so der Hauptverkaufspunkt der Kamera, dass das Ding hier oben Blitzkontakt hat, wo man einen Blitz einspannen konnte. Damals noch mit Blitzbirnchen. Was allerdings relativ skurril ist, ist die Naheinstellung. Und zwar hat das Ganze einen Fixfokus auf Unendlich. Und wenn man damit Porträts machen möchte, hat man ja bei einigen Kameras so einen Umschalthebel, wo dann eine Vorlinse innen vorgeschaltet wird. Sogar das hat das Ding nicht. Das ist ultra skurril. Und zwar kommt das gute Stück mit diesem Ding hier. Und das Ding hier steht drauf, Ansco Portrait Lens Plus 1 Made in USA. Nummer 30 Ansco. Und das ist eine Vorsatzlinse. Das heißt, jedes Mal, wenn man ein Portrait machen möchte, dann muss man erstmal hier diese Vorsatzlinse hier drauf tun. Und die muss man währenddem irgendwo haben. Und deswegen ist mein Exemplar wahrscheinlich auch so ultra dreckig, wie ihr das hier sehen könnt. Aber jetzt zu der großen Frage, warum habe ich mir so ein komisches Ding gekauft, obwohl das Ding überhaupt nichts kann. Und das hat damit zu tun, was wir im Inneren finden. Und dazu öffnen wir die Kamera auf dem Boden. Ja, hier können wir es schon sehen. Und wenn wir jetzt diesen Schieber hier rumschieben, dann wird die Kamera geöffnet. Das hat so ein bisschen so eine Initialöffnung. Wenn wir das weiter schieben, dann sehen wir schon, dass uns hier oben so ein bisschen das Gehäuse abhaut. Und das ist so ein bisschen das, was man bei einem Repetiergewehr als Initial Opening, als Anfangsöffnung bezeichnen würde. So, nehmen wir das Ganze hoch. Und zwar sieht das auch sehr merkwürdig aus. Und zwar, die Kamera kommt uns hier entgegen. Und zwar wird hier komischerweise der Korpus, also das Gehäuse mit Linse, ist an einem anderen Gehäuse-Teil dran als der Sucher. Das wäre jetzt bei einem Repetiergewehr sehr, sehr unpräzise. Das ist allerdings eine Kamera. Und wir sehen hier, for best results use, ENSCO 620, the all weather film. Und genau das ist das Besondere. Und zwar geht es mir beim Kauf der Kamera, ging es mir um diese Spule hier, um die hier zu bekommen. Und zwar ist das eine 120 Filmspule. Da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Hier müssen allerdings jetzt erstmal ANSCO Gehäuse und ANSCO, was auch immer das ist, weichen, damit ich euch diese Spule zeigen kann. Das ist eine 620 Filmspule. Die sind ein wenig anders als die 120 Filmspulen, die wir sonst kennen. Ich zeige das mal hier. Das ist eine 120 Filmspule. Die hat erstens einen etwas dickeren Kern. Und zweitens sind die auch ein bisschen anders von den Abmessungen her. Und zwar die 120er, die sind hier größer in ihren Platten. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Wer meinen Kanal kennt, beziehungsweise wer auch meinen Blog kennt von damals, der weiß, dass es möglich ist, 120 Filmspulen so umzufeilen. Also quasi zu beschneiden. Da die heutzutage meistens aus Plastik sind, ist das kein Problem. Man schneidet hier so ein bisschen ab und feilt die dann noch ein bisschen runter. Dann kann man 120 Spuren etwa auf das 620 Maß bringen. Und wer noch besser aufgepasst hat, der weiß, ich habe eine 620 Filmkamera. Und zwar ist das das gute Stück hier. Der Klassiker. Das ist meine Kodak Volender. So, jetzt müsste ich gucken, dass die aufgeht, sodass sie im Bild bleibt. Das ist eine Kamera, die kann schon so einiges mehr. Und ich sehe, dass sie so ein bisschen zu groß ist und der Fokus nicht richtig liegt. So, ah ne, das ist ein bisschen zu hell. So, das ist meine Kodak Volender. Und meine Kodak Volender habe ich auch schon benutzt. Ich kann ja hier jetzt mal so, ja, so vier Bilder müssen hier reinpassen. Ein Blinden, die ich damit gemacht habe. Und zwar habe ich die auf zwei Arten benutzt. Erstes Mal habe ich da einen 120 Film zurechtgeschnitten auf 620 Maß. Habe den dann dadurch verschossen. Damals konnte ich allerdings noch nicht so ganz so gut fotografieren. Deswegen sind das jetzt keine Top Shots. Und dann habe ich die nochmal benutzt. Und zwar habe ich mir da so Schablonen für gebaut, um da drin 35mm Film zu verschießen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und jetzt wollte ich die letztens nochmal benutzen. Und habe die einfach aufgemacht. Und zwar, so, dazu mache ich sie wieder zu. Ich muss sie mal kurz öffnen. Das ist manchmal, das ist nicht so einfach, die aufzukriegen. So, da hört das knacken. So, das ist das Innere der Kamera. Hier sehen wir eine von meinen ungeschliffenen Spulen und hier die leere Spulenaufnahme. Und zwar habe ich die letztens nochmal versucht mit Rollfilm zu benutzen. Dazu habe ich das so gemacht, wie man das mit Rollfilm macht. Und zwar habe ich meine selbst zusammengeschliffene Plastikspule von der Geberposition in die Neberposition verbracht. Also die verbrauchte Spule hier raus und hier oben rein. Und wollte dann den Rollfilm weiter transportieren. Das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Und dabei habe ich festgestellt, die Nehmerspule dreht sich nicht richtig. Und zwar sieht das so aus, dass man zwar umgeschliffene Plastikspulen ohne Probleme als Geberspulen benutzen kann. Das heißt, man nimmt sich einen Film, schleift die in Spule zurecht und benutzt dann den Film und spult dann den Film in eine Metallspule ein. Das geht ohne Problem. Allerdings ein Film von einer Plastikspule in eine Plastikspule umzuspulen geht nicht. Weil die Kodak Volender mit ihrer Mechanik so brutal ist. Und auch der Film mittlerweile auch durch das Alter der Kamera bedingt so schwergängig ist. Das halt, jetzt müsste ich gucken, dass ich das rauskriege. Ich glaube, muss ich mal kurz Offscreen machen. So, kleiner Schnitt. Da sehen wir das Ganze. Und zwar hat die Volender auch so eine Art Rahmen, der rausgenommen werden kann. Und wir sehen hier, na sehen wir gar nicht mal so ganz so gut. Dazu müsste ich... Sekunde. So, hier haben wir die umgeschliffene Spule allein und wir sehen hier, dass das Plastik hier ausgefressen ist. Dadurch, ich glaube, ich habe das bei beiden Seiten versucht. Das war ein bisschen doof. Das war auf der Hochzeit von einem Freund, wollte ich mit der Kamera fotografieren und dann ging das nicht. Das war sehr, sehr ärgerlich. Ich habe das in zwei Seiten versucht. Also die Mechanik hier drin, die ist zu hart zu Plastiknehmerspulen. Und genau deswegen habe ich mir hier diese Metallspule besorgt, weil nur die die richtigen Maße haben und außerdem noch stabil genug sind, um halt als Nehmerspulen zu fungieren. Das ist jetzt für mich, da ich ja selber entwickle, gar kein Problem. Ich kann ja jedes Mal die Spulen dann nach dem Entwickeln einfach weiterverwenden. Das ist allerdings ein großes Problem, falls ihr 620 Kameras vorhabt zu benutzen und den Film nicht selber entwickelt. Denn das Labor wird euch diese Spulen hier wegwerfen. Und deswegen habe ich auch die Ursprungsspule, die ich damals zusammen mit der Volender, also zusammen mit der Kodak Volender gekauft habe, habe ich aus dem Grund nicht mehr, da ich ja meine ersten Filme nicht selber entwickelt habe. Und deswegen hat das Labor meine 620 Spule weggeschmissen. Dazu muss ich sagen, dass es damals auch noch gar kein so ein gigantisches Problem war. Denn 620 Spulen bekam man damals drei Stück aus England für 6 Euro. Heutzutage sind die Dinger allerdings relativ wertvoll. Und wenn man jetzt einzelne 620 Spulen kaufen möchte, bezahlt man 10 Euro pro Spule. Und da war es für mich günstiger, diese Kamera für 1 Euro plus 4 Euro Versand zu kaufen, anstatt aus England neue 620 Spulen. Ich kann die hier oben auch mal reinlegen. Aber jetzt geht sie schon wieder auf. Nein? So, leg dich schlafen. Nein, Volender legt sich schlafen, habe ich gesagt. Hat keinen Bock zu schlafen. Das ist so aufgeregt durch das Video. So, hier habe ich jetzt den Rahmen. So, hier habe ich jetzt den Rahmen. Dann nimmt man sich die Spule, legt die hier oben oder legt die hier unten ein. So, snack, dann ist sie drin. Dreht sich sehr gut. Und dann muss die Spule hier oben bei herausgezogener Rückspulkurbel, hier bei herausgezogener Rückspulkurbel, muss dann dieser Rahmen hier oben eingelegt werden. So, jetzt kann die Spule auch rein. So, jetzt müsste das gleich einrasten. Ich sage dir, jetzt müsste das gleich einrasten. Ah, es hat eingerastet. Sehr schön. Und wie wir sehen können, hoffentlich, klappen wir das mal ganz aus. So, und wie wir sehen können, rotiert das Ganze da oben. Sehr schön. Ich hoffe, das funktioniert und ist jetzt wieder in der Lage, also meine Kordak Volender ist wieder in der Lage, Film aufzunehmen. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier keinen Farbfilm drunter schieße, damit nicht irgendwann mal ein Labor mir diese Spule wegwirft. Für die ich ja indirekt durch die Anscoflex jetzt ein bisschen mehr bezahlt habe, als das zumindest früher der Fall war. So, dann überlege ich, ob noch irgendetwas Wichtiges war. Dann glaube ich, dann war da gar nichts. Soweit mehr. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen dieses Videos. Ich glaube, mit der Anscoflex, ich glaube, selbst da aus Memegründen mit zu fotografieren, finde ich, lohnt sich gar nicht. Was sich sehr viel eher lohnt, ist jetzt nochmal mit der Kodak Volender zu fotografieren. Das ist nämlich eine relativ coole Kamera. Die kann nämlich für ihre Zeit schon relativ viel. Die hat sogar, wenn ihr euch das hier anguckt, eine 250. Verschlusszeit und hier so einen kleinen, kleinen, cutesy Winkelsucher. Übrigens kann man den so zur Seite stellen, falls man vorhat, dann Bilder im Landschaftsformat zu machen. Außerdem kann man sie fokussieren, was relativ cool ist und man kann auch die Blende einstellen. Und sie hat, genau, sie hat auch hier noch diesen Hochspringsucher, welcher zwar einfach nur ein Metallrahmen ist und eine Metallplatte mit einem Loch drin und auch nicht so ganz so genau ist, aber ich finde das schon relativ cool. Das größte Problem bei der Kamera ist eigentlich, dass sie so unglaublich große Bilder macht. Ich kann euch das ja hinten nochmal zeigen. Wie ihr das hier sehen könnt, das, oh jetzt habe ich die Spule umgeschubst, das hier alles ist das Aufnahmeformat. Das ist 6x9, wenn ich das richtig in Ordnung habe. Ich glaube, es ist wirklich 6x9 und nicht 6x8. Müsste ich mal kurz nachmessen, kann ich ja auch einblenden, falls es falsch sein sollte. Und allein dieses gigantische Format sorgt halt dafür, dass die Bilder eine gewisse Qualität haben, auch wenn jetzt hier der Kodak Anastigmat, der da drauf ist, jetzt nicht so die geilste Linse ist. So, ich glaube, das muss immer hochgeklappt sein, wenn man die Kamera einklappen möchte. So, dann würde ich allerdings auch schon sagen, dann war es mit dem Video. Falls ihr meine anderen Neuersteigerungen bzw. Neuzugänge von Kameras nicht verpassen wollt, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Des Weiteren könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren, hier eines von meinen Videos gucken und hier ein anderes Video gucken. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann!